GAULE 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 Also Episode 2 Ich wollte das Ich wollte die GAULE 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 2. 2. 3. 2. 4. 5. 5. 6. Ach, Guille! Ich rufe die Brunnen, ich rufe die Brunnen, ich rufe die Platz. Ach, was ist das für die Brunnen? Ach, was ist denn immer noch da? Was ist denn, wenn ich da nicht? Nein, das hoffe ich! Nein, die Brunnen, jetzt rufe ich mich! Aus! Hier sitzt man mit alleine und einfach nur maximale Spaß! Und hiergibt auch noch ein paar. Wir haben so einen Zugang. Los! Ja. Zeit für uns. Ich habe schon als Abend angefangen. Los! Wir sind schon als Abend. Wir haben den Schaukel und wirklich Spaß, Frau Lüft. Wir haben den Moment. Wir haben den Moment. Ja, wir sind gerade alles auch schlimm. In einem schönen Moment, ich muss gerne an uns reden. Ach, ist das der Moment. Ich habe einen kleinen Fall für die Erregel. Ich würde auf dem Kuss gehen. Mein schläger, mein Gemüter Wüste. Und den Kuss, hier kommt schon mein Furchtl. Spaß beim Focke Militink. Ich würde mal sagen, dass der Kuss ist. Der Kuss ist ein Furchtl du hey! Und die Kuss ist mir schon auf den Kuss. Der Kuss ist nicht so auf dem Kuss. Ich bin ein bisschen auf den Kuss. Gibt's so? Einmal ein Spaß hier. So, ich muss mal hier, wir haben alles in der Liste gemacht. Wir haben immer mehr, wir sind in der Liste getestet jetzt. Alle Frauen, wir müssen mal die Verwandte stellen. Gibt's denn? Gibt's denn mal die Haare? Gibt's denn mal die Haare? Einmal ganz schnell. Ganz schnell. Komm, 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 komm! Komm, komm! Gibt's denn alles, ne? Gibt's denn alles, ne? Wir haben jetzt schon rüberkommt, wir haben eine ganz gute Saison. Danke, danke, danke. Für die Frauen, wir haben jetzt schon rüberkommt, wir haben uns wieder. Also, zum Rüberkonten lassen wir die erste Mal da irgendwer mit den Schuhlgegen, die die sich mit rauskippen ist. Wir machen ein bisschen Spannungsmusik an. Danke. Danke, danke, danke. Danke. So so ist richtig. Wenn wir mal den Freund zeigen können, gibt es die Spaß, als das. Und gut, dass die wieder ist. Geil, Alter, krass! Hängen wir mal nach oben, hängen wir mal nach oben, oben, lasst nicht, falls ihr euch traut. Jetzt gehen wir mal der Sache noch ein bisschen. Jetzt geht's schneller! Und jetzt geht's los! Jetzt wird uns scheitern, was das heute wird. Jawoll! Ja, der Lifestyle, die geilste Schaukel ist jemals da. Die Mischung, jeder einzelne Part ist anders und wird davon angepasst. Ja, 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 ja. Das ist der Hersteller in der Mischung. Ja, komm, aufgepasst, aufgepasst! Eure Hände sind ja immer noch oben. Ja, dann nehmen wir mal eine echte Runde auf, ab zum Finale! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Vielen Dank.